Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Planung Die Planung einer Veranstaltung erfordert eine genaue Kalkulation der Kosten und der Teilnehmerzahl. Die Planung einer Veranstaltung erfordert eine genaue Kalkulation der Kosten und der Teilnehmerzahl. Die Planung einer Veranstaltung erfordert eine genaue Kalkulation der Kosten und der Teilnehmerzahl. Die Reiseplanung sollte rechtzeitig vor der Abreise erfolgen. So können alle wichtigen Details geklärt werden. Die Reiseplanung sollte rechtzeitig vor der Abreise erfolgen. So können alle wichtigen Details geklärt werden. Die Reiseplanung sollte rechtzeitig vor der Abreise erfolgen. So können alle wichtigen Details geklärt werden. Die Planung meiner neuen Karriere sollte sorgfältig durchdacht sein, um meine Ziele und Vorstellungen zu berücksichtigen. Die Planung meiner neuen Karriere sollte sorgfältig durchdacht sein, um meine Ziele und Vorstellungen zu berücksichtigen. Die Planung meiner neuen Karriere sollte sorgfältig durchdacht sein, um meine Ziele und Vorstellungen zu berücksichtigen. Die Planung einer neuen Lebensphase erfordert eine Anpassung an neue Gegebenheiten. Die Planung einer neuen Lebensphase erfordert eine Anpassung an neue Gegebenheiten. Die Planung einer neuen Lebensphase erfordert eine Anpassung an neue Gegebenheiten. Die Planung einer neuen Karriere sollte sorgfältig durchdacht sein, um meine Ziele und Vorstellungen zu berücksichtigen. Die ungenaue Planung führt zu unerwarteten Problemen. Die ungenaue Planung führt zu unerwarteten Problemen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. .